Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marini. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staten und Schwachen. Genug davon. Okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey. Sehen wir wieder hier. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marini. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ah, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freu mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marini einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Ja, warum kommt der Krieg immer mehr weg? Ja, warum kommt der Krieg immer mehr weg? Die Musik ist cool. Ja, ja, ich komm doch schon. Hey! So eine Wunde ist erst in acht Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist ein feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, hm? Er hat mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Krötzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Hut festhalten! Irgendeine harte Fort! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Wasserienpass hat meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Ja, musste so streng sein. So eine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reihenfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versuchen. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Scheit futtern! Du hast gerade gefuttert! Scheiße auf Toast zählt nicht! Hey, wie wär's mit Barbecue, ne? Ja. Wir hatten keine Chance. Das wär's da mit dem offenen Saal. Das ist jemandes Sohn. Du ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart... Geht aufregend. Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Pokerpresse, Elektronenmikroskop... Frankfurter. Wir machen nicht fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Vor allem die Stukas! Geht aufregend. Ja, keine Füße für die Ruhe hier. Wunder von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Wir müssen unsere Sherman geschützt. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. MG ist in der Scheune! Kreise! Alle runter! Da müssen wir eines auszeiten! Die Kampagne gehen nicht auf und weg! Los, los, los! Los, weiter! Der Pächter auf der Deckung! Nicht Kraft machen! Alle! 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 Los! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Ich könnte Munitionen gebrauchen, Sir! Ich könnte Munitionen gebrauchen, Sir! Ich könnte Munitionen gebrauchen, St memoria! Die Antie ist aufnach und sind in Feuchtazule! Weiter! Draγ Sie zurück! Er ist tot! Er ist tot! Sie kommen vorne und ost! In schwarze! Entsacht, Frau Kreisler! Fort! Er ist in Licht! Volle! Er ist auch fort! Er ist in Station! Ungeschätzte Deutsche, innen nah! Weiter, wir versuchen zu fliehen! Immer weiter! Zeit für den Wettbewerb! Kürzchen Truppen! Nummer mal Medikett, ich habe noch eins. Weg hier! Wurde an! Vorne die Rüge! Vorwärts! Mehr Munition fängt jetzt! Lösch die Flache! Der Stuttgart machten unsere Panzer fertig! Panzer braucht Hilfe! Wir müssen die Flache hinter den Freunden ausschalten! Wir müssen die Flache hinter den Faden beherrschen! Hilft unsere Panzer! Die Bomber machen unsere Panzer fertig! Die Bomber machen uns geschützt! 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 Die Bomber hat erwischt! Aber das haben sie bezahlt! Die Stellungen sind durch Pax geschützt! Wir müssen uns darum kümmern! Okay! Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt! Schwächen Sie die Pax! Ich leite den Angriff mit Perez! Ja, Sir! Daniel! Jasmin! Sie kommen mit! Na los! Los! Px! Px! Perez sagte Pax 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie! Panzerkiller! Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt! Eine von unseren! P 47! Verdammt! Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen! Mach dich nicht fertig! Das sind Zivilisten? Das ist ein Kriegsverbrechen! Sag bloß, Streber! Wir kämpfen hier gegen... Wir hübers! Hier ist ein Aussichtspunkt! Feldstecher raus! Wir sind Perez und die Jungs! Die fahren direkt in die Hölle! Wir müssen die Pax-Schützen ausscheiden! Allemann, Feuer frei! Ich sehe zwei Pax! Daniels, schreibe die Mannschaften aus! Nehmen Sie das Scharfschützengewehr, Daniels! Da war ich das Schöne! Eine ist noch übrig! Nein! Ich weiß nicht, ich muss nachfragen! Ich muss nachfragen! Ich muss nachfragen! Er ist noch ein Schütz von der Pax-Schütze! Wir feuern uns um eine Panzer! Beide Pax-38 war schon schnelles. Unsere Panzer rücken vor! Können wir uns an den Rest der Deutschen beträgt? Das war's für heute. Alles sicher! Achtung! Verwendete Panzer kommen über die Gräben! Du bist du blit. Alle Panzer vorwärts! Allgemeine Panzer vorwärts! rechte seite feuer Ich habe einen Medi-Cut. Alles okay? Eingerittet. Ich habe einen Medi-Cut. 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 Sie rücken im Süden vor. 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 Wir müssen vor ihm da sein! Vor links! Achtung! Hände! Freunde voraus! Weiter! Recht! Leifung! Panzer voraus! Vorsicht! Das war knapp! Frischschutz! Wir brauchen Unterstützung! Wir brauchen Unterstützung! Wir brauchen Unterstützung! Was war das? Was war das? Wir brauchen uns raus! Roland! Wir haben gerade auf! Halt nicht mehr lange durch! Weg! Arzt nach rechts! Das, man! Nimm das Lenkrad! Ich übernehme das MG! Feindliche Jeeps! Wend dran! Komm! 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 Kein Kick mehr lange durch! Ja, die zählt doch vorhin! Die Straße ist dicht! Feste an! Die ganze Truppe! Hau auf der rechten Seite! Die Rechte voraus! Schalt ihn auf! Sind fast da! Feste an! vor Ort! Beide Kampoffe! Jetzt geht nach links drehen! Nicht nachlassen! Weich hatterstelle nicht drauf! Ich steh'n nicht zurück! Mach den Rest fertig! Ein Umkreis bei der Straße, sich das nicht. Nur noch ein paar! Alles sicher! Herkommen! Dieser Stress bringt mich um. Zieh mir jetzt nicht weichwürfig. Danke für's pünktliche Erscheinen. Danken Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja? Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Dan jetzt. Passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Csatminau. Vielen Dank.